Hier haben wir eine typische Dumpum, die werden wir hier bei dem Baum zwischen der Rinder so reinlegen, anzünden und schauen wie viel davon übrig bleiben wird. Okay, dann bis gleich. Boah, oh mein Ohr. Gehen wir rum, wir schauen. Der Hall. Guck. Jo. Okay, reicht. Gehen wir. Die Rinder ist einmal weg.